So, wohin schätze? Das ist ziemlich weit, ne? Guck mal, da hinten ist ein Goldenes. Könnte die Arena sein. Ach, das geht nicht, ne? Naja, das geht nicht. Ähm, ich nehme mich mal über mein Boot, das ist vielleicht besser. Oh, scheiße, mit so einer gefährlichen Fracht. Das ist vielleicht doch nicht so gut. Das ist vielleicht doch nicht so gut. Drum. Nein, ich verfehle gerade. Das ist aber weit weg. Ich habe gut daran getan, ein Schiff zu nehmen. Damit fährt mir das durchaus schwierig. Oh, Wahnsinn. Es fährt schon das Schiff. Falscher Schwerter. Das ist gerüstet. Stärk, du Wurm! Ich erlege ihn! Ich habe das Ziel in sich! Nein. Nein. Immer das Gleiche. Ich bin. 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 So, jetzt hat es dir aber ein paar Leichen gegeben. Hacke, Hacke. Wow. Kapitän, hier ist die gewohnte Bezahlung. Einschließt des Zuschlags. Wie du siehst, erfülle ich deine Forderungen. Ich kann das Unternehmen, von dem wir beide profitieren. Nicht weiterführen, wenn ich mich nicht auf das Stil schweigende Männer verlassen kann. Ich bezahle sie für Taten, nicht für Fragen. Ihr belangloses Gewissen sind nicht größer als die Wille Sobex. Ich bin die Hand Gottes. Und wenn du mich in Frage stellst, stellst du ihnen in Frage. Ich erachte diese Angelegenheit hiermit als erledigt und erwarte in Zukunft keine derartigen Probleme mehr. Seetep. Korrespondenz zwischen dem Hauptmann und Seetep. Wieder Seetep. Dieser giftige Priester aus dem Nordtempel entwickelt sich zum großen Ärgernis. Mit großem Stil... Ich sollte Padia-Set von Seetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Erkläre ich diesen... ...dreheren Stützpunkt zum primären Umschlagplatz für alle religiösen Opfergaben an Gott Sobeck. Dies Mandat ist von höchster Wichtigkeit. Der fortgesetzte Wohlstand für das Fayum hängt von jedem Einzelnen ab. Der ist überwacht und durchsetzt. Ich vertraue darauf, dass ich mich auf euch verlassen kann. Reichtum für alle, Sicherheit für alle, Wohlstand für alle. Wo kann man denn da hin? Da muss ich gar nicht hinreiten, ne? Mit den Wassern da... Da muss ich wohl laufen, ne? Wie langer Marsch steht mir bevor. Gebt den Weg frei! Gebt den Weg frei! Geht hier los! Geil, ich bin Zeit für ihn auf einmal. Aber ich fühle mich so. Beschütz den Kyrios! Da muss ich auf einmal so viel Musik, wie schön. Fragezeichen ist passiert. Ein Schiff, Malida. Wagt es mir so was Sinnloses zu profilen? Dieser Ort wird schwer bewacht. Was? Helf mir mal hier rüben! Du Raster! Du schwimmst nicht nach Hause! Fischlein! Fischlein! Du schwimmst mir nicht weg! Geile Sprüche wieder. Der West ist immer noch... Er muss sehr spät dran sein. Sie sehr schön. So, ich muss mich kurz noch um mein Schiff kümmern. Konnte ich leider nicht vorher helfen. Ist ja Sinn, wo man bleibt, ne? Ich muss dich gnädig sein. Maa dich für würdig halten. Medjay! Du kommst spät. Seheteps Männer kamen, um mich zu töten. Das sehe ich. Nicht schlecht für einen Priester, der Blutvergießen verabscheut. Ich war nicht immer Priester. Ich dachte, ich wäre alledem entkommen. Sehetep und ich haben gemeinsam zum Glauben gefunden. Sind gemeinsam dem Tempel beigetreten. Ich wusste, dass er mit sich rang, so wie auch ich. Aber ich muss ihn aufhalten. Keiner darf wissen, dass ihr gegen ihn vorgeht. Nicht, wenn der Kult überleben soll. Es sieht schlecht aus, wenn ein Priester tötet. Ich sollte das tun. Du hast recht. Du findest ihn am nördlichen Tempel. Ich treffe dich dann davor. Der nördliche Tempel. Das sieht mir nach einer Schnellreiseoption aus. Perfekt. Der Haupttempel Sobex. Der Haupttempel Sobex. Sehetemp ist da drin. Gut bewacht. Ich gehe hier nur irgendwie runter. Schauen. Was? Was haben wir noch? Padiasset hat die Hilfe eines starken Verbündeten gewonnen. Der Magi, der unser Schiff überfiel. Wer ist er? Du schmutziger Ungläubiger! Boah. Heuchler da. Oh, doch. Oh, doch. Was ist der in Ernst von mir? Bleibt hinter mir, Kurios. Oh, der Fass. Denkst du, der Magi wird Erfolg haben? Ja. Ja. Sehetep wählte den Tod. Dann musste es sein. Ich habe heute einen Bruder verloren. Hätte ich früher gehandelt, hätte er vielleicht wieder so werden können wie früher. Glaube darf nicht passiv sein. Das ist meine Lektion. Wir bauen wieder auf, was zerstört wurde. Doch, was ist mit den Soldaten? Sie hatten bei alledem ihre Hände im Spiel. Sie werden sich immer einmischen. Aber bleibt stark. Sie legen sich so schnell nicht wieder mit dem Tempel an. Sobek hat auch Krieger. Du ehrst mich, Magi. Möge Sobek dich ehren. Er ist abgeschlossen. Also ich glaube, ich fahre jetzt in die Stadt und schreibe da eine Karte und schreibe da in die Dorf, ja. Wir laden euch die Humanis-Zeiten. Also ich schicke dir nochmal, ob wir da in die Stadt laden können oder so. Ich glaube, es gibt ein Fragezeichen da vorne. Kommt aber mal. Hey, du kannst nicht fliehen. Gemeinsam. Aus dem Weg! Wow. Da! Mensch! Hey, was? Stopp die! Blitze ich auf! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Sei doch mal vorsichtig, nicht, dass du hier über die Kisten stolperst. Das wäre das. So. Jetzt haben wir... Wie kommt man denn da hin? Mit diesem Boot komme ich da hinten. Hier geht's. Und up. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Was passiert hier auf dieser kleinen Insel für ein Unheil? Wow, ein Menschenfresser. Sie haben nichts getan. Wir wissen sowieso, wer es ist. Der verrückte Alte da hinten. Wir behalten ihn im Auge. Die Dinge sind oft nicht wie sie scheinen. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den Spitzenzähnen. Da ist Fleisch in den Korben mit dem Fischfutter. Götter. Etwa Menschenfleisch? Nein. Mein Freund, hast du kurz Zeit? Weißt du etwas über die vermissten Leute hier? Ich bin nicht dein Freund. Verschwinde von hier. Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den Spitzenzähnen. Sobek frisst, wenn er sich parrt. Er zerfleischt, wen er will. Aus dem bekomme ich nichts Sinnvolles heraus. Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den Spitzenzähnen. Sobek frisst, wenn er sich parrt. Er zerfleischt. Faulig und aufgedunsen. Und schwer zu identifizieren. Es kommt von Strom aufwärts. Also das? Das ist ja das reinste Schlachthaus hier. Kann ich identifizieren. Aber ich weiß nicht, ob das Menschenfleisch ist. Das? In all meinen... Menschenfleisch. Alles, was in die Strömung gerät, wird hier angespült. In all meinen Jahren als Magi habe ich so etwas noch nicht gesehen. Es wird von weiter Strom aufwärts angeschwemmt. Hallo. Wie heißt du? Das ist meine Sobek-Puppe. Siehst du? Er trägt seine Kinder in seinem Maul. Vater hat sie mir geschenkt. Das ist... sehr hübsch. Kannst du meinen Freunden sagen, dass sie zurückkommen sollen? Sobek hat nicht wirklich die Leute im Fluss gefressen. Das ist nur ein Spiel. Mhm. Fahre ich mal da rüber. Ein Spiel ist das also. Eine zweifelhafte Erziehungsmethoden wahrscheinlich. Neck. Mehr Leichenteile. Wo kommen die bloß alle her? Noch mehr Blut im Wasser. Es... Na. Ich komme hier nicht runter. Ich komme hier nicht runter. Oh, bitte. Ehe nicht tauchen? Muss der erste Hinweis kommen. Aufziehen, Leichenteil. Wo bin ich gelandet? Es stinkt nach Tod. Wer ist da? Bitte, hilf mir! Guter Wein und Erfrischung. Wer hier gesessen hat, wurde gut umsorgt. Ach du Scheiße, das ist eine Show. Kissen und Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Ja. Krass. Von Menschen und... Kissen und Luxus. Ja, ja, okay. Den Göttern sei Dank. Schnell. Wir müssen gehen, bevor ihr zurückkommt. Wer? Was geht hier überhaupt vor? Der Einbalsamierer. Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher? Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Wow. Ich werde einen Weg zum Markt finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Das ist nun schon wirklich ziemlich makaber. Neck. Dieser Einbalsamierer ist krank. Was für eine Dekadenz. Der Einbalsamierer schäffelt eine Menge Geld. Einbalsamierer, ich wurde über deine kleinen Verführungen informiert. Die ketzerische Verwendung von Sobex Kindern zur Unterhaltung ist, wie du wissen musst, ein ernsthaftes Vergehen. Darüber hinaus ergehst du auf dem Gelände des Tempels und riskierst damit, den Namen des Tempels und des gesamten Kults zu beschmutzen. So zu wie du mir dein Treiben auch ist, könnten wir vielleicht zu einer Einigung gelangen, die für uns beide vorteilhaft ist. Mein Partner wird dich bald in Einzelheiten der Verbindung schlagen vor. Du behandelst sie mit Gebühren und das verägt. Sehr, tap. Schon wieder er. Natürlich. Boah, der hatte den Finger echt überall mit drin. Oh, sah so hell aus. Wow. Idiot. Was denkst du dir dabei? Ach ja. Niedersichen. Niedersichen. Aus dem Weg! Was stimmt nicht mit dir? Niedersichen. 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 Nun, als Amir, ich dich ein. Ich bin jetzt das Spektakel. Bewegung. Schluch, du Wurz. Den Kyrios. Den Kyrios. Wir haben den Nachholtas erwischt. Schnell! tot bestätigen ein kranker mann das setzt seinen taten ein ende mögen sich die götter um seine zahlenden gäste kümmern ist aber schon so komisch aus der menschenfresser abgeschlossen ich das dann noch machen wir haben brot für fettes brot muss leider sein das kraft aus hier und los geht's Ich frage mich, ob die mit Segel schneller sind. Nein, oder? Glaube nicht. Was will er? Oder diese fahrende Händler. Das ist komisch, ein bisschen einsamer vor. Fuck. Ich war gerade an Geschwindigkeiten jetzt. 50,50, zack. 22 Sekunden für 200 Meter. 1 Kilometer. Ja. Manche, ich komme aus. Oh. 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 Das Marie noch. Oh Gott, jetzt hab ich E gedrückt statt W. Naja, dann war's das halt.